hallo servus und grüß euch der müller von der dezentrale.at heutiges thema goldvorsorge.at und bullion volt ich möchte euch in diesem video zeigen was für möglichkeiten dass es gibt um physisches gold zu besitzen oder respektive in physisches gold zu investieren dazu gleich mehr so da bin ich wieder und gleich als erstes diese beiden möglichkeiten die ich euch vorstelle also ich kriege von denen kein geld ich mache keine werbung also ich habe keinen vertrag mit denen ich werde für das video nicht bezahlt sondern das sind zwei anbieter die ich selber verwende ok und in den heutigen doch etwas turbulenten zeiten ist es vielleicht nicht blöd zu wissen was man mit seinen euros so tun kann das ganze video ist keine anlage beratung oder ein eine investment beratung oder sowas sondern ich stelle euch in diesem video einfach zwei produkte respektive firmen vor die ich nutze wo ich weiß dass es funktioniert und das ist eigentlich alles ok gut aber steigen wir jetzt ein wir beginnen dann mit der goldvorsorge.at was in diesem zusammenhang ganz wichtig ist ich rede hier nicht von irgendwelchen papiergold also von irgendwelchen etfs die von durch gold gedeckt sind vielleicht ok also weil es ist mittlerweile so dass dieses ganze papiergold im prinzip es gibt 80 mal mehr papiergold als eigentlich gold das hinterlegt sein sollte ok also diese ganze etf nummer und so das hat jetzt nichts mit dem zu tun was ich euch zeige ich rede hier von physischem gold ok also das ist vorhanden ok gut jetzt wenn wir uns da jetzt mal gedanken drüber machen nehmen wir mal an ihr habt physisches gold immer die große frage was mache ich jetzt damit weil es ist zu hause aufbewahren ja das mag für ganz kleine beträge mag das ok sein aber sobald diese beträge halt größer werden dann schläft man nicht mehr so gut ich selber könnte euch jetzt auch nicht sagen in wie weit das das edelmetalle die zu hause rumliegen eigentlich versichert sind durch die hausratsversicherung also da habe ich keine ahnung darum geht es natürlich drum wie lagere ich meine edelmetalle also dass ich zu hause ruhig schlafen kann und da gibt es natürlich mehrere möglichkeiten die eine möglichkeit ist dass ihr bei eurer hausbank ein schliessfach anmietet und dort halt eure wertgegenstände hereinlegt oder hineinlegt vielmehr nur wenn ihr ein schliessfach bei einer bank habt dann seid ihr natürlich von den öffnungszeiten der bank abhängig und zum anderen seid ihr von der bank als solches abhängig weil jetzt gerade mehr oder weniger aktuell in österreich die kommerzialbank in mattersburg die hops gegangen ist diese bank ist hops gegangen und somit habt ihr oder hättet ihr keinen zugriff oder auf eure schliessfächer weil ist zu ok also das heißt wenn es ganz blöd hergeht und ihr einfach jetzt im prinzip auf eure wertmetalle oder edelmetalle zurückgreifen möchtet und ihr kommt nicht dran dann ist das natürlich ein bisschen blöd ok also daher gibt es zwei möglichkeiten oder zwei alternativen das eine ist dass ihr mit einem edelmetallhändler arbeitet der solche hochsicherheitstresore anbietet und der euch gegen eine gebühr eure edelmetalle lagert oder die zweite variante ist ihr kauft edelmetalle die bereits in tresoren lagern anteilig ok also die erste variante wo ihr quasi eure edelmetalle übergebt das wäre die goldvorsorge hatte die das anbietet und dass die andere variante die zweite also wo ihr im prinzip bereits lagerndes gold kaufen könnt in einem tresor das wäre die nummer von boolean volt ok wir fangen jetzt an mit goldvorsorge ich schalte euch da rüber auf meinen desktop wir sind hier auf der seite von goldvorsorge at und was uns jetzt als erstes mal interessiert ist hier der gramm preis also das heißt was kostet ein gramm goldbarren momentan bei bei dieser goldvorsorge at und da liegen wir hier bei 64 euro ok das bitte im hinterkopf behalten das werden wir später noch mal brauchen so jetzt sind wir hier auf der lagerseite von von vorsorge goldvorsorge at also ihr seht ihr hochsicherheitslager in wien in usa estland frankfurt zürich singapur und 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 was für uns also jetzt für die damen und herren die zusehen aus österreich interessant ist ist natürlich wien und da habe ich hier mal die gebühren aufgemacht also was kostet das wenn ich mein edelmetall im prinzip goldvorsorge übergebe und die lagern das für mich in wien das kostet bis zu einem gesamtwert von 50.000 euro 98 euro im jahr also inklusive versicherung und inklusive der lagerkosten ihr seht das steigt dann an bei 100.000 200.000 und so weiter da geht es natürlich darum dass die sicherheit also respektive die versicherung teurer wird ok gut jetzt was zeichnet denn diese ganzen tresore aus in diesem fall also in wien ist es so dass ihr im prinzip jederzeit dorthin fahren könnt und euer eure edelmetalle abholen könnt also die ihr könnt euch die quasi auszahlen lassen dass ihr meldet euch dort an mit code und weiß ich nicht was alles und dann könnt ihr euch teile oder das komplette edelmetall vorkommen von euch dass ihr dort rumliegen habt könnt ihr euch übergeben lassen und das an sieben tagen der woche also das heißt ihr seid da relativ flexibel und ihr seid nicht von bankenöffnungszeiten abhängig das zweite ist alle diese sicherheitstresore werden mehrmals jährlich von externen prüfern überprüft jetzt was bedeutet das das bedeutet dass die wirklich hergehen und schauen jetzt hausnummer max mustermann müsste liegen haben weiß ich nicht 1,2 kilo silber und vier unzen gold zum beispiel dann geht dieser prüfer her und schaut nach ob diese mengen wirklich physisch vorhanden sind okay also das wird kontrolliert dass das gold oder das edelmetall oder die edelmetalle auch wirklich physisch vorhanden sind das wird kontrolliert und dokumentiert okay also das war jetzt die eine variante in dem ihr eben über einen edelmetall händler geht bei dem ihr eure eure gold und silber münzen baren was es denn auch immer sind quasi übergebt und der legt sie für euch in den tresor eine andere variante ist da jetzt kommen wir zu bullion volt das ist eine britische firma bei bullion volt ist es so dort könnt ihr in euro in schweizer franken in dollar weiß ich nicht was alles könnt ihr im prinzip geld überweisen auf euer konto und mit diesem geld das auf eurem konto liegt könnt ihr sagen ich würde gerne gold kaufen in zürich in london in singapur oder wo auch immer und jetzt läuft das dort so die haben also diese bullion volt die kaufen gold barren also mit 24 kilo also das sind riesen trümmer und die kaufen sie selber mal ein und verkaufen sie dann okay also das bedeutet jetzt zum beispiel die kaufen 24 kilo gold in den tresor von zürich okay dann hat die firma bullion volt dort mal 24 kilo liegen okay und jetzt möchten zum beispiel ich oder irgendjemand von euch möchte gerne in zürich weil weil sie die schweiz als besonders sicher halten von der juristikation her oder was auch immer aus was für gründen auch immer in meinem fall wäre es lokal patriotismus quasi würde ich gerne zwei unzen gold in zürich kaufen dann werden von diesen 24 kilo gold barren werden mir zwei unzen gut geschrieben okay das ist ein bisschen eine andere herangehensweise aber ich hoffe ich konnte euch das klar machen also wie gesagt im ersten fall bringt ihr eure edelmetalle hin und diese edelmetalle werden in ein tresor gelegt im zweiten fall kauft der betreiber also in dem fall bullion volt 24 kilo barren und verkauft diese dann anteilsmässig an die kunden okay das ist ein bisschen der unterschied so aber jetzt schauen wir uns doch mal an wir gehen hier mal auf die seite von bullion volt das ist die die deutsche seite und schauen uns jetzt hier mal an also wir sehen hier die diversen tresore zürich london dann haben wir in new york einen in toronto und in singapur haben wir einen was uns jetzt mal interessiert ist zürich jetzt haben wir hier den gold preis pro kilo 52 1359 euro okay und jetzt merken wir schon also wenn wir das durch 1000 rechnen dann kommen wir auf 52 euro 36 jetzt mal grob gerundet es wird ein bisschen mehr sein also ich schätze mal der gramm preis wird dann irgendwo bei 53 euro oder so liegen aber ihr seht schon wir erinnern uns beim physischen gold kauf als barren bezahlen wir 64 euro und in diesem fall sind wir irgendwo bei 53 euro okay und dieser preis das ist der spot gold preis der in london täglich ermittelt wird und anhand dieses preises kauft ihr gold oder silber was dann auch immer ist also ihr seht das ist schon mal wesentlich günstiger die ganze nummer wenn man das bei bullion volt kauft und wie erwähnt ihr habt dort ein konto dieses konto muss verifiziert werden also das heißt ihr müsst dorthin schicken eine kopie von eurem ausweisdokument pass identitätskarte was es danach immer ist dann möchten die damen und herren gerne eine eine rechnung also um die adresse zu verifizieren also sei das irgendwie eine stromrechnung oder internet telefon irgendwie sowas und im idealfall wenn ihr die erste überweisung von eurer bank zu bullion volt gemacht habt dann schickt ihr denen im prinzip einen screenshot wo drauf ist der betrag den ihr überwiesen habt mit eurem namen das brauchen die damen und herren und herren um euer konto zu verifizieren und es ist dann auch so dass ihr nur geld von diesem konto an bullion volt schicken könnt und wenn ihr auszahlen lasst beim bullion volt dann zahlt bullion volt auch nur auf dieses konto aus okay das ist relativ wichtig zu verstehen das ist aber also wenn ihr die dokumente beieinander habt das ist eine geschichte von weiß ich nicht sechs sieben stunden dann ist euer konto verifiziert also dann hat sich die sache somit erledigt das geht relativ zügig geht schnell jetzt wie gesagt ihr könnt dann sagen wenn ihr gut haben auf eurem bullion volt konto habt ich würde gerne hausnummer ein kilo silber in singapur kaufen dann macht ihr das ist überhaupt kein problem und jetzt haben wir vorher gesehen oder habe ich euch erzählt das regelmäßig kontrolliert wird ob dieses material auch dort ist dasselbe passiert natürlich bei bullion volt auch und das findet ihr auf der seite unter tages bilanz ich habe euch das mal aufgemacht bei bullion volt ist es so dass ihr euch selber einen anonymen namen gebt okay und dieser anonyme namen oder dieser namen das kann irgendwas sein das kann heidi müller oder weiß ich nicht irgendwas völlig egal und unter diesem namen werden eure wertgegenstände also gold silber platin was es danach immer ist gelagert und gezählt regelmäßig und das könnt ihr auf der tages bilanz könnt ihr auch das anschauen zum beispiel der besitzer b001 hat 2,4 95 kilo gold rumliegen und 0,7 also in zürich hat er das rumliegen 0,7 hat er in london rumliegen dasselbe gibt es dann für silber also da kann man dann wieder schauen b00 der hat 22 kilo silber in zürich 86 kilo in london 12 in toronto und zurzeit nichts in singapur also das heißt ihr könnt da diese stände regelmäßig und vor allem selber überprüfen und auch diese bestände werden natürlich in regelmäßigen abständen von externen personen kontrolliert und nachgezählt ob das wirklich so ist jetzt haben wir aber bei bullion volt im prinzip das problem mit dem physisch also es ist zwar dieses gold physisch hinterlegt das gibt es also das ist nicht das thema die geschichte ist aber wenn ihr jetzt sagen wir dieses gold gerne in der hand haben möchtet also das heißt wenn ihr das gold physisch abheben möchtet dann funktioniert das bei bullion volt ein bisschen anders und zwar funktioniert das also die verschicken gold das ist nicht das problem und auch silber allerdings erst ab 100 gramm also ab 100 gramm ergibt die ganze nummer einen sinn und ich zeige euch jetzt hier mal die gebühren von bullion volt und ihr seht hier bei den gold lagerungs gebühren also man kann das hier oben im prinzip ist es einfacher das heißt gold ist 0,12 0,12 0,12 sind lager und versicherungsgebühren allerdings minimum 4 dollar pro monat okay also das heißt im prinzip je mehr werte in edelmetalle ihr liegen habt umso günstiger wird in wirklichkeit okay ihr seht silber ist sogar teurer weil das kostet 8 doll pro Monat mindestens oder knapp 0,5%. Also da muss man dann wirklich vergleichen, was da mehr Sinn ergibt für die einzelne Person. So, jetzt haben wir, wie schon erwähnt, es geht um die Entnahme von physischem Edelmetall. Und das ist jetzt natürlich relativ wichtig, weil was machen wir jetzt, wenn wir das in der Hand haben möchten? Und jetzt haben wir hier die Gebühr für die Entnahme von Gold in Form von ganzen Good Delivery, also das sind 400 Unzen, das ist riesig, das sind 2,5%. Was für uns interessant wäre, sind diese 100 Gramm Goldbahnen hier. Also da wird, dieser beträgt unter normalen Umständen rund 1% des Goldwertes plus 2-5% für Versicherung und Transport. Also gehen wir jetzt mal von 6% aus in dem Sinn, okay, wenn wir das einfach mal alles dazu rechnen. Und wenn wir jetzt uns aber ansehen, zum einen das Premium, was wir bei Goldvorsorge zahlen, nämlich diese runden wir jetzt mal auf 10 Euro mehr, dann sind das schon mal ein Aufschlag von ungefähr 20%, die wir als Premium für physisches Gold zahlen. Also das heisst, wir haben da einen Aufschlag. Dazu kommen dann die Tresorgebühren, wo wir zwar jederzeit Zugriff haben und Zutritt haben und auch kleinere Mengen im Prinzip abholen können, zu einem Preis von 98 Euro pro Jahr Lagerung inklusive Versicherung. Bei Bullion Volt müssen wir oder sollten wir, also sagen wir mal so, es macht am meisten Sinn, ab 100 Gramm Barren, wenn man die auszahlen lässt. Das bedeutet in der heutigen Zeit, Entschuldigung, wenn man jetzt da Gold nimmt, da sind wir bei irgendwelchen 5300 Euro für einen 100 Gramm Goldbarren. Also das heisst, die Beträge sind wesentlich höher. Wenn wir uns jetzt aber ansehen für diese 5300 Euro und wir nehmen mal diese 6%, die wir bezahlen müssen, zum physischen herausnehmen und versichert versenden, dann sieht die Nummer doch schon wieder eigentlich relativ nett aus, zumal man davon ausgehen kann, wenn ihr diesen Goldbarren dann in der Hand habt, dann ist ja im Prinzip das Premium wieder da. Also das heisst, jetzt vom Wert her wäre dieser Goldbarren, dieser 100 Gramm nicht mehr diese 5300, sondern durch das Premium als physisch vorhandenes Gold wäre der Betrag ja dann irgendwo bei 6400 Euro. Also wenn ihr den dann verkaufen möchtet, ihr werdet nicht diese 6400 kriegen, aber mögen es von mir aus 6000 sein, aber da ist dann das Premium, das dazu kommt, weil es eben ein physischer Goldbarren ist. Das nächste, was bei Bullion Volt ist, ihr könnt natürlich dieses Gold jederzeit verkaufen, der Verkaufspreis wird eurem Konto gutgeschrieben, dabei fällt jeweils eine Kommission von 0,5% an und ihr könnt dann das Gold, das ihr quasi wieder in Euro gewechselt habt, diese Euros könnt ihr euch natürlich dann jederzeit auf euer Konto überweisen lassen. So, das war es mal von mir zu diesen zwei Möglichkeiten, die ich euch gerne vorstellen wollte. Wenn es gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen hoch da, wenn es nicht gefallen hat, einen Daumen runter, wie immer abonnieren bitte nicht vergessen, die ganzen Links zu den Seiten werde ich euch unten reingeben, als Info der Link von Bullion Vault ist ein Referral Link, also das heißt, wenn ihr über diesen Link eventuell sogar ein Konto eröffnet, dann bekommt ihr 5 Gramm Silber geschenkt oder gut geschrieben und ich bekomme 5 Gramm Silber gut geschrieben. In diesem Sinne, das war es von mir, ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns, bis dann und tschüss euch